Wenn wir die Apple-Base angreifen, sollten wir mit 20 zu 4 losgehen. Ja, oder halt mit 4000 Holz. Ja, und dann? Machst du oben eine Tür auf und stehst vor der nächsten. Wie viel Holz haben wir denn noch? Seid ihr noch am Bauen? Ich bin noch am Bauen, ja. Wie viele Etagen brauchen wir noch schon? Du stehst ja gerade, oder? Wir können die Nacht auf jeden Fall nutzen zum Gehen, dann. Edmund ist da, aber er kann nicht, er kann nicht kommen. Ja, ist so. Ach, hier schießt du mal einen Evil Space aus oder was? Ja, aber auf wen? Nee, nee, auf uns schießen die. Ich hab dir auf drei Varrikaden gegeben, ne. Ja, und ich weiß. Hast du das mit denen gemacht? Aber auf, was schießen die denn? Auf mich, weil ich mir auch in den Haufen gehe. Ich hab noch zwei dabei, beide? Ich frag mich, ob wir nicht schießen, weil irgendwer das ganze Zeit Headshots fängt. Aber das sind irgendwelche Varrikaden. Das sind die Dingens. Ja, genau, die Dingens. Das sind die Varrikaden. Ja. Gehst du hinter einer Varrikade oder warum schießen die auf die? Wer hat denn so einen verschissenen Turm so hoch gebaut? Die sind an den Gittern, die sind an den Gittern. Ja. Warne ich schon die ganze Zeit. Versuch mal wieder den da drüben raus. Headshot und down. Nice. Was? Was sind denn das? Weil die können die nicht mehr hier spawnen, ne? Doch, doch. Ja, ne? Ist er. Da oben. Cool, du kannst ihn sehen, Alter. Ich könnte jetzt oder du ich... Ich weiß. Ich gehe deswegen jetzt anzuhören. Geht aber nicht. Jetzt, wie lange brauchst du noch? Was kannst du dann bauen? Ich hab jetzt nochmal zwei Etagen und nicht gleich. Äh, ist immer noch zu wenig. Ja? Wir können doch durchs Gitter. Das braucht nur 1,4. Echt? Echt? Gitter braucht nur 1,4. Dann gehen wir durchs Gitter. Dann müssen wir erst mal zum Gitter kommen. Ja, das sind die zwei Etagen, die du gerade machst. Achso, da ist... Auf hier auf der Seite ist ein Gitter. Da hab ich gesehen. Da... Die haben auf der Gitterseite Fenster halt. Gitter ist 1,4, wenn ich das jetzt richtig im Wiki nachgelesen hab. Aber müsste eigentlich. Muss direkt aufs Gitter planten. Okay. Soll ich hochkommen? Soll ich aufs Gitter planten? Ja, nein. Vielleicht so anfassen? Ja, nein. Die ist nicht gegen die Hysterie, Junge. Die gehen kaputt, ey. Junge, die gehen alle jetzt hoch, ne? Hörst du alle? Trappeln, ey. Wo in den Mann? Ey, hier bei uns. Pass auf, wenn die in die Gitter placen, könnt ihr uns Problem... Hier, jetzt wie lange brauchst du noch? Äh, 4 Sekunden. Aber für die zweite Etage halt, ne? Die zwei Etagen. Ich bin hinter dem Wood... Doppel Wood Fairy, okay? Reichen die zwei Etagen jetzt oder nicht? Für die Fenster schon, ne? Für die Gitter reichen die, ja. Aber nur, wenn man sich nicht verspringt. Junge, ich krieg so viele Headshots mit der Boat, ne? Richtig geil. Also ich hab jetzt mindestens acht oder neun Leute nur mit... Scheiße. Ich hab immer noch eine kleine Schüssel. Ich hab keine M4... Also ich hab nur noch ein Magazin, das ist schon der M4 drinne. Ja, du hast ja auch gerade irgendeinen Pair-Hust. Was hab ich gerade? Wer erschossen, jetzt wird der Pair-Hust. Ja! Mit drei Schuss, oh ja. Daran lag's Pablo. Wer, wo, was? Eine Granat ist von der Fall. Sind die Schaut? Ja, warte, etwa. Was wird denn hier von uns getroffen? Ja, das sind die Barrikaden, die Headshots fangen. Ich glaub, die sind da oben drauf, ne? Oh, fuck! Ja, boah, das sind die Barrikaden, hier. Ahaha! Probe auf der Stair? Bist du tot? Nee. Ja? Ja. Nootenn! Ich bin auf der Stair. Junge, geh nach Hause, ey. Lass meine Sachen. Hat jemand noch ein Medkit? Ich hab noch ein Sia. Komm mal zu mir auf die Treppe. Warte, ich bin gerade erst mal runtergeschickt, weil ich Angst hatte. Weiter, ich schmeiß die runter. Wie viele Sia haben wir noch? Vier. Liegen unten bei der Karte. Hier kommt ein Nacktischung. Ja, ne? Ja. Das hier? Wie viele Sia haben wir noch? Vier. Vier. Mit einer Metal War reicht das nicht. Vier. 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 Wieder eingetrittet. Es glaub ich, das Lootrück hat wieder runtergefallen. Echt? Aber das Ding hier vorne? Jo, oben auf oben auf Dingens sind welche, ne? Echt? Ich krieg noch mal sterbe, ne? Ach, schade. Wie geht das denn? Alter, ich bin gleich da. Da steht schon wieder ein Typ, ne? Wer da runter geht. Ja, das meine ich ja. Aber ich kann nicht hitten, weil ich weiß, was ich nicht. Braucht jetzt noch mehr da oben? Ich bin down. Ich bin wieder? Ja. Ja. Vorun, Appearance, killt mich die ganze Zeit, weil da hinten in dem Ding ist. Ich hab keinen, keinen... Ja, sollen wir hinten hin und die Holzwand rausbrechen? Wir scheinen ja auch genug Schuss zu haben da hinten. Ich muss aber nach Schlumpf irgendwie da hin. Was bin ich da dran? Nein, aus dem Holzhaus. Aus dem Holzhaus kommt einer raus. Hinter uns. Nein. Ja, down. Okay. Noch ein Naked Schlumpf? Nee, ihr müsst aber oben. Jetzt guckt auf diese scheiße Ecke, Mann. Da schießt du doch hin, die ganze Zeit. Sag jetzt, wenn du hinten hingehst und lootest. Da ist einer. Nur die scheiße Ecke. Wenn ihr die scheiße Ecke habt, dann ist gut. Welche? Die Gitte Ecke oder die Ecke Ecke? Metal Ecke. Ich bin jetzt an der Ecke. Ich loote jetzt. Metal Ecke, ne? Oh fuck, ich hab meinen falschen weg. Ich muss noch höher. Oben ist grad Feuer auf der Metal Gate. Können wir nicht mehr... Ja, die schießen aus dem Fenster. Die kriegen wir von hier nicht. Ja. Ja, dann kommt mit hoch, ey. Keine Ahnung. Nimm ne Barrack mit hoch und place sie einfach. Ja. Aber jetzt bin ich am Arsch der Weltverspaw. Nur dass ihr vielleicht mal ne Bag looted. Oh, oh gut. Haben wir noch 30 Holz? Ich hab noch ne Barrack. Ja. Gib mir mal Barricade, bitte. Hinter dem Doppel, den es vor Schlumpf zuerst gestorben ist. So, aber warte hier. Ich hab deinen fertig. Wir brauchen ja nur 192 Sekunden. Wir warten. Ist eklig nach dem Zeit. Wenn du ein... Hol, looted doch in der tiefschwarzen Nacht. Komm her. Ja, stimmt. Aber da haben die bestimmt Flashlight oder so. Ja, aber die werden keinen Flashlight anmachen. Homemade shell. Bis dahin ist mein Bag doch schon längst weg, Leute. Ach so. Hab auch nicht mehr so viel Muni jetzt, ey. 14 plus 8. Bonsai versucht jetzt scheinbar mit der Barricade. Ja. Und du nimmst noch so wenig mit, ey. Willst du dich erst ausziehen, Bonsai? Ja. Tu's unten in die Kiste, ist ja unsere Tür drin. Nimmst du alles mit? Tu's unten in die Kiste, oder? Ist ja unsere Tür drin. Was? Ich bin ein bisschen höher gegangen. Ja, erstmal so ein Safe-Ding hier oben. Aber ich bin noch nicht, glaub ich, ganz oben. Nicht da, wo er gestorben ist. Aber hier mittlere Ebene kannst du erstmal chillen. Und läuft das? Ja, wir arbeiten dran. Hätt ihr nicht vorgewarnt? Das ist einfacher. Ja, Rosa ist ja auch mit am Deffen. Ja. Tolle Freundin, die du hast. Der hat von Anfang an gesagt, dass er mit denen verbündet ist. Komm mal her, Hummel. Und du hast es scheinbar dem verraten. Der war hier im TS, als ihr drüber geredet habt. Ja, ist so. Wo ist das Backschlumpf? Ganz oben, oder was? Ja. Warte, warte, warte. Das Ding hier, oder was? Was ist das hinter dir? Ich hab mir gedacht, ich hab voll Kettler und der Pier hat alles drin. Und ne andere Wache, Schlumpf hat's sogar geschrieben, ne, aber egal. Hä? Warum? Was ist das Ding hier? Ja, mit Ansatz. Was ist das, ne, ne? Also, blämt nicht über Rosa. Was ist das? Du bescheuert, ich seh doch nix. Nein, Bonsai. Warte, ist das nötiger? Nein, nein, oh shit, 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 die hitten mich. Oh, ich bin auch gebrodt? Okay. Jetzt muss ich dich loten. Lass zurückkehren. Okay, meine Status. Aber wo ist Schlumpf? Wo ist Dingens denn? Ja, ich bin... Rosa, bei uns im TS gerade, jetzt? Äh, wo? Mit Channel? Engwehr hat mein Sleeping Bag kaputt gemacht, da hinten. Ich hab keinen mehr. Nice. Ich bin an der Metal Base gespawnt von euch. So, dann hat da wahrscheinlich jemand von hinten ja... ...aktiert. Bonsai, wo bist du? Ich verpiss mich jetzt. Soll ich irgendwas von euch hier mitnehmen? Soll ich entgegenkommen, oder? Wir gehen zurück. Was? Hier, Full Kevlar kriegen die. Nee, nee, nur eins. Ich hab Bart's... Ich glaub, ich lag dir entgegen. Nee, nur deins. Bart hab ich grad aufgehoben. Okay. Und du läufst? Willst du, dass der läuft? Ja. Ja. Ich hab noch größte Metalltür zurück. Ja, macht die irgendwas, oder wie? Hätten wir uns anwalten. Wir müssen zurück, Pablo. Wir treffen uns bei unseren Sleeping Bags. Kann ich mitmachen? Kommen wir echt nicht mehr an den Schlumpf dran? Ja, wir gehen grad, glaub ich, zurück, oder? Ich komm nicht an den Schlumpf dran, die haben da grad eben... Ich hab schon den Spranker nicht gesehen. Ich hätte da gesucht und versuchte dich zu treffen, deswegen bin ich da gestorben. Ja, haut ihr lieber einfach ab. Ich komm jetzt als Naked, wenn ihr mich seht, nicht killen, ey. Ja. Ihr seid an mich dabei gerannt, ich hoffe. Ja. Aufpassen. Ah, hinterher sind zwei Zombies. Mach doch kein Licht an. Bist du bekloppt, Alter? Ja, ne. Ja, das ist gut. Du lenkst dir die ab. Ja, ist doch okay. Dann hast du das safe. Irgendwann wird, ne? Da sind welche auf der Stair, kannst du vergessen. Auf der Stair? Auf der Stair? Ja. Was? Geh hin, du sagst ja einer von denen, ne? Wie ich das gemacht hab. Soll. Das ging ganz klar mit meinem Kopf vorbei, Pablo. Ja, das ist schon hier. Mitten in der Sieg schlossen, na? Ja. Wo bist du? Das sind Admins, Pablo. Ich hab mir Naked. Ich glaube hier nicht. Ist jeder oben drauf. Leute, schießt die EMT soweit? Leute! 30 Minuten! Ihr speichert uns! Na komm schon! Siehst du da zurück, Pablo? Ja. Mit Barrikaden? Ja. Ja. Also Rückzug? Abflug. Ja. 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 Ich seh hier oben auf dem Leuchtturm, halt Licht. Äh, auf dem Tower, den wir hochgebaut haben. Also ich hör euch daran, Pablo. Nee, Stammbuch. Wo seid ihr? Ich seh euch gar nicht. Ich bin jetzt bei den Barrikaden. Wir sind jetzt gleich bei der Schreie. Wie willst du das denn auch sehen, Alter? Wir sind, wir sind bei der Straße jetzt gleich. Was soll's denn? Wir sind auf der Straße.